Was ist besonders wichtig, weil wir uns natürlich mit diesem Thema Normung in eine ganz andere Zukunft, auch aufgrund der Digitalisierung, bewegen. Da brauchen wir eine Vision, wo sich alle hinterstellen können und das ist eine. Das Thema Normung und KI hat ja eine ganze Menge miteinander zu tun. Wir haben hier in Hessen eine KI-Zukunftsagenda geschrieben, die wir gemeinsam auch mit dem VDE-DKE-TÜV umsetzen wollen. Und unsere Vision ist hier tatsächlich ein AI-Quality-and-Testing-Hub auf den Weg zu bringen, der integrativ unsere Werte und die Technologie der KI in die Zukunft denkt und das dann sozusagen als Role Model über ganz Europa ausrollt. Die Normung ist am Ende ein Mittel, eine Möglichkeit zur Skalierung. Also wenn ich einen Prozess genormt habe, eine gute, disruptive oder innovative Idee in eine Schemata gepackt habe, was ich skalieren kann, dann erst werde ich erfolgreich sein, ob als Start-up-Unternehmer, ob als KMU oder auch als Verband. Danke. 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 Danke.